Also, ohne Spaß, das sind die Besten. Guten Tag, hallo meine Damen und Herren, mein Name ist Marvino Yitzon und heute habe ich eine Message zu verbreiten, denn der heutige Tag sieht folgendermaßen aus. Seit 16 Uhr habe ich zusammen mit dem werten Herrn Schweineboy aufgenommen und dabei war auch der liebe LP mit Geilo und Yonge, Yonge MC. Und ja, wir haben die tollen GTA-Server kennengelernt, die so richtig geil sind und wo jeder Spaß hat und die immer funktionieren. Die funktionieren jedes Mal, die sind die besten Server auf der Welt, die allerbesten Server. Also, ohne Spaß, das sind die besten. Vielleicht hat man gerade gehört, dass der liebe Schweineboy hier etwas Tolles gesagt hat, vielleicht aber auch nicht. Ähm, ja, und jetzt zum Abschluss des Tages werden wir streamen. Ja, äh, erste Ligue der Beschreibung ist unser Stream, da könnt ihr jetzt vielleicht vorbeigucken, äh, wenn ihr Bock habt, wenn nicht, dann nicht, juckt mich auch nicht. Jetzt zeige ich euch nochmal meinen Bad, wir haben, welchen Tag haben wir? 24. sogar schon, 24.11. Jut, mein Bart So, das war mein Bart How to ride, vielleicht sehen wir uns beim Stream How to ride, vielleicht sehen wir uns morgen Oder wir sehen uns bei BroganThumbsTV Oder wir sehen uns auf Twitter Oder wir sehen uns auf Instagram Oder wir sehen uns gar nicht mehr